Dieser Teil vom Haus ist nie richtig fertig geworden. Gibt keine Wand oder so. Aber ich bin hier eingezogen, als ich wieder hergekommen bin. Ist ein bisschen eng. Kaum geeignet für einen Schlafwandler. Das ist deine Familie? Ja. Ach, Ryan, du warst ja süß. Und das ist Carrie Ann. Mann, so blaue Augen. Sieht aus wie eine glückliche Familie. Muss schön gewesen sein, dass alle hier zusammen gelebt haben. Dass beide Eltern da waren. Carrie Ann war das Herz der Familie. Nach dem Unfall hat sich alles geändert. Und das war es mein ganzes Mal. Wer hat sich alles geändert. Das war's mein ganzes Mal. Ja. Ich weiß noch. Ich weiß noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020